Ich frage Sie, welcher Parteienfamilie gehören folgende Persönlichkeiten an? Ursula von der Leyen, ein Kollege Weber, Karl Nehammer, Innenminister Kanner, Landeshauptmann Drexler, einfache Frage, der Volkspartei, also der Mehrheitsfraktion im EU-Parlament, einer Fraktion, die in Österreich gemeinsam mit den Grünen die nationale Gesetzgebung im Parlament bestimmt, und auch so befremdlicher ist es, dass diese gesamte Thematik der illegalen Migration im Europäischen Parlament noch gar nicht angekommen ist und 16, 17, 18, 19 breiter diskutiert, obwohl die Zahlen damals ganz andere waren als heute. Und das ist letztlich auch das Problem und dieser Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Letztlich liegt es an uns, auch entsprechend das Problem zu erkennen, für Lösungen zu sorgen, nämlich für Österreich und für Europa die besten Lösungen entsprechend zu erarbeiten. Ein Kampfauftrag, Lukas Schnitzer, in eure und in deine Richtung.